Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Was ist die Lösung dieser Aufgabe? Benötigst du noch Bedenkzeit, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Kommen wir zur Auflösung. Den Flächeninhalt eines Rechtecks berechne ich mit der Formel Länge mal Breite. Das hier ist 50 cm lang und 40 cm breit. Ich rechne also 50 cm mal 40 cm. 50 mal 40 ergibt 2000. Da kann ich rechnen 5 mal 4 ist 20. Diese 0 noch dazu und diese auch noch. Und cm mal cm sind Quadratzentimeter. Jetzt beim Umwandeln von Flächeneinheiten muss ich das Komma um zwei Stellen verschieben. Es sind also 20,00 Quadratdezimeter. Einfach das Komma hinter der letzten 0 um zwei Stellen nach links verschieben. Wandele ich jetzt nochmal um. In Quadratmeter sind das 0,2 Quadratmeter. Das Komma nochmal um zwei Stellen nach links verschieben, 40,2. Daher richtige Antwort, Antwort B. Teile niemals durch 0, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.